Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 17. Oktober. Heute dabei Pokémon Go, Android, Facebook und Google Maps. Ja, wir haben ja gestern schon über Pokémon Go geredet. Alle haben es erwartet, ist es nicht passiert. Also die Pokémon der Generation 4 kamen nicht, aber sie kamen, ja, also gestern. Also nicht vorvorgestern, sondern gestern. Ab 17 Uhr wurden die ersten Pokémon aus der Sinnoregion freigeschaltet, die zuerst in den Pokémon-Spielen Diamant, Pearl und Platinum in 2007 released worden sind. Die sind jetzt in Pokémon Go, sprich die drei Starter und ein paar andere. Und ja, die kann man jetzt fangen. Und es sind noch nicht alle aus der Generation 4, sprich Nintendo bzw. Niantic wird da noch diverses freischalten und wahrscheinlich so ein bisschen mit Events kombinieren. Nächstes Thema, Google. Die sind ja von der EU mit ordentlich Strafsummen belegt worden in Sachen Android und Koppelung von ihren Diensten. Die entkoppeln jetzt die Suchdienste, also Google Search und den Browser Google Chrome von Android. Sprich, Hersteller können dann Android ohne diese beiden Google-Dienste rausbringen, müssen dafür aber dann bezahlen. Google sagt halt, ja, wenn wir halt die Suche und den Chrome-Browser mit rausliefern, dann querfinanziert er die Entwicklung von Android und wenn das rausfliegt, muss man halt dafür zahlen. Ja, kann man machen. Ist gar nicht mal so unclever. Aber ob es die EU jetzt beeindruckt, steht mal auf einem anderen Blatt. Letzte Woche hat Facebook ja ihre Portal-Geräte angekündigt. Also das sind ja zwei Geräte gewesen mit Bildschirmen und Kameras, mit denen man dann halt hauptsächlich Facebook-Content genießen sollte bzw. halt Videochap machen. Ja, und jetzt kommt raus, dass Google sich Gedanken gemacht hat und sagt, ja, mein Gott, jeder hat ja eigentlich schon ein Bildschirm zu Hause und das ist der große Fernseher. Der bräuchte eigentlich nur eine Kamera. Jetzt auch keine Mods-Neue-Idee, aber ja, Facebook denkt, da können sie eventuell einsteigen. Und ja, wahrscheinlich im Frühjahr 2019. Und das ganze Projekt hat den Codenamen Replay. Warten wir mal ab, ob das kommt oder generell wie die Portal-Geräte von Facebook ankommen. Letztes Thema für heute, Google Maps. Die haben ein neues Update bekommen und man kann da jetzt auch Ladestationen für sein Elektroauto finden. Ja, praktische Sache, wenn man einen Tesla oder irgendein anderes Elektroauto fährt, ganz einfach die Ladestation suchen, die am nächsten ist und dann entsprechend das Auto aufladen. Also auf jeden Fall praktikabel. Ja, und das war's für heute. Also kurze News, nicht viel passiert. Ich wünsche euch einen guten Start in die Mitte der Woche und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Okay, bleibt positiv. Hört mehr Geek Talk.